Musik Jedes Jahr zum Silvester gibt es in der Bundesrepublik 400 Augenverletzungen durch hochgesprungene Champagnerkorken. Wobei man das ja da richtig machen muss, man darf ja nicht den Korken drehen, sondern die Flasche. Das ist ja das Geheimnis. Ach, das wusste ich gar nicht. Wobei ich glaube, dass das zu Silvester in Deutschland mehr Sektkorken als Champagnerkorken sein werden. Das ist ja auch. Ja, dürfen wir. Es gibt natürlich erstmal herzlich willkommen. Wunderschön, ich freue mich. Tut wohl. Sehr ungewöhnlich, dass die Sendung mit Trinken beginnt. Sie hört normalerweise mit Trinken auf. Gut, aber das ist das Wichtigste. Ja, ja. Das dürfen wir in unserem Alter, ne? Darf man das bekennen? Der ist ja noch ein jugendlicher Held. Ja, ja. Wir dürfen das schon bekennen, aber es gibt einen Grund, warum wir anfangen mit Champagner, denn Sie kochen etwas mit Champagner. Ja, Kuttel mit Champagner. Also, als ich das gehört habe, habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, wie war das? Kutteln mit Champagner. Also, das ganz simple, einfache, dass arme Leute essen Kutteln mit dem raffiniertesten zusammenbringen, das ergibt was Neues, Schönes. Das ist eine Spannung, die ist enorm. Wo kommt denn diese Idee her? Also, ich habe mal von einem Freund Kutteln machen gelernt und das habe ich dann im Laufe von 20 Jahren variiert und immer Neues ausprobiert. Das ist auch, da wissen wir noch nicht, ob das gelingt, nicht? Das kann völlig in die Hose gehen. Das wird immer anders, schmeckt immer anders. Also, jetzt muss man für erst mal sagen, was überhaupt Kutteln sind. Ich glaube, das wissen viele, besonders die Jüngere wissen das gar nicht mehr. Das sieht nicht sehr ansprechend aus, das muss man sagen. Das löst auch Egel bei vielen Leuten aus, was völlig falsch ist, denn Kutteln, das ist der Magen, der Kuh, muss sehr lange, sehr, sehr lange gekocht werden. Also, das hier ist drei Stunden gekocht worden. Man kauft es, glaube ich, wenn man es überhaupt kriegt, man kriegt es nicht überall, schon gekocht. Im Norden kriegen sie es nicht. Also, die sagen, das essen nur Türken und Hunde. Das ist also richtig rassistisch. Nur Kulturvölker haben, nur Kulturvölker haben. Eine Trippe in Frankreich und Trippe in Italien und die Schwaben. Das Kulturvolk der Schwaben. Aber nicht zuletzt die Schlechte auch. Darf ich ganz kurz, ich habe einen Hasenrücken, mache ich. Einen werde ich zeigen, aber einen habe ich schon drin. Und Sie sind doch Jäger. Also, darf ich in diesem Fall Sie bitten, mir zu helfen? Dieser Hase wurde erwürgt, nicht geschossen. Ja, 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 ja. Es hat mir ja schon mal. Es hat mir ja schon mal gesprochen. Gut, wenn er einsichtig wird, dann ist es ja. Er wirkt, schminkt doch besser als geschossen. Das ist richtig. Wenn Sie mir vielleicht einfach mit zwei Gabeln, da ist eine Schublade, links, und dann einfach so diesen Speck ein bisschen wegnehmen, einfach so zur Seite. Ja, zur Seite. Und dann nehme ich noch ein normales, wenn Sie mir einen Löffel da noch geben. Und dann begieße ich den jetzt. Vielleicht können Sie den so mit der Gabel ein bisschen hochhalten. Dann kann ich ihn, ja, dann hole ich mir das so. Wunderbar. Oh, der sieht aber gut aus. Sieht gut aus, ne? Das muss ein Hase vom Niederrhein sein. Ah, da sind ja die besten Hasen. Da sind die besten Hasen. Ich lege, der kommt aus Frankreich und möchte ihn da raus. Wunderbar. So, das geht alles sehr, sehr schnell. Das kommt jetzt auch mal rein. Der braucht insgesamt nur 20 Minuten. Der war jetzt 10 Minuten drin. Und jetzt noch mal 10 Minuten. Ja, der soll ja auch ein bisschen rot sein. Ja. Und ich mache ja aus diesem Saft und der Butter nachher ein kleines Sößchen. Und wenn er zu rot ist, lässt man ihn einfach noch ein paar Minuten drin ziehen. Na ja, jetzt sind Sie. Ja, also. Das ist frei für Sie. Ich habe mich ja gewundert, mussten Sie ihn überreden, dass er das akzeptiert hat? Also er hat das noch nie gegessen. Doch nie gegessen? Er hat das noch nie gegessen. Ich habe überhaupt noch nie jemanden getroffen, der das gegessen hat, was Kienze gekocht hat. Und da er das Rezept vorgeschlagen hat. Und er wahrscheinlich der Einzige in der Republik ist. Ich wollte die Sendung noch erleben. Also, also wir fangen an mit Zwiebeln. Ja. Jetzt mache ich mal einfach den Herd an. Die hatten Sie. Die hatten Sie. Na, wie geht das denn so? Ja, ja, einfach ein bisschen länger. Mit Technik kann er es nicht drücken und dann kommt es. Ja, sehr gut. Und einfach arbeiten. Okay. Nee, ist auch... Ist leider nicht an. Ist an. Nee, doch, doch, aber man muss ein bisschen länger halten. So. So, und jetzt fangen wir an mit Zwiebeln. Das ist das Wichtigste. Die sind schon ein bisschen vorgebräunt. Die sind schon vorgebräunt. Ja, die sind vorgegart. Dazu tue ich jetzt ein bisschen von meinem Grünzeug. Ja. Und das muss jetzt auf voller Pulle kochen. Aha. Also in dem Fall ist ja ein seltener Amt, dass Sie ihn unterstützen. Sozusagen. Soll ich auch noch mal was reinmachen? Das finde ich ja wirklich... Ja, mir tut schon noch ein bisschen mehr rein. Ein bisschen Überwindungsschneller. Schneller, schneller. Nein, 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 nein. Ich fange mal mit dem Rühren an. Nein, wir müssen das jetzt auf volle Pulle kriegen, dass es wirklich richtig heiß ist. Ich habe es jetzt ganz hoch. Ich habe es jetzt ganz hoch. Also privat würden Sie ja nie zusammen kochen. Nein. Also ich denke, wenn man sich jeden Tag Diensten sieht... Nein, also nur weil Sie dabei sind, vermute ich ja, dass ich hier nicht vergiftet werde. Also Häuser kann nicht kochen, will nicht kochen. Der hat den alten Standpunkt eines strammen Konservativen, die Frau gehört in die Geschirr. Das stimmt überhaupt nicht. Aber meine Frau kann hervorragend kochen. Also es gibt keinen Grund für Sie. Das ist das Ding Wild. Ah, natürlich. Und Sie liefern... Ich liefere das Material an. Selbst erwirbt das Wild. Das hat ihn sehr beeindruckt. Er schmeckt besser als Erschossenes. Ja, 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 ja. Weil Hasen kriegt man ja nicht immer frisch, aber man kriegt das Ganze ja tiefgefunden. Ja, ja. Also, und ich glaube, Wild ist auch ein Fleisch, das man durchaus tief frieren kann. Ja, generell, also wir machen auch häufig Wildschweinkeule. Und ich behaupte sogar, dass wenn das tiefgefroren war, dass etwas... Haben Sie das gehört? Ja, wir machen gerne. Ja, bei uns ist das eine Gemeinschaftsarbeit. Nein, 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 nein. Die Dienstle geht natürlich nur zum Gleicher und Kauf. Ja. Sie ist das Ursprungsprodukt. Und die Frau kocht es dann. Und ist die auch tiefgefroren, die Kölnkeule? Die frieren wir dann auch tief, weil das natürlich nicht sofort, das ist ja viel. Und sogar, manche sagen ja, dass das Wild sogar dadurch zart, also mürber wird, was man früher durch das Einlegen gemacht hat. Und ich kann immer nur sagen, wenn Sie Wild essen, dann merken Sie erst, wie, welche Kunstprodukte, in Anführungszeichen, das andere Fleisch macht. Weil Wild nicht gezüchtet wird. Nicht gezüchtet wird, da kann keiner irgendwas ins Futter tun. Das hat eine Nahrungskette, die breit ist. Bis zu einem gewissen Grad behaupte ich das vom Lamm, ob es so ist, weiß ich nicht. Aber das Lamm ist ja auch meistens draußen und ist nicht in diesen Massentierhaltungen. Also das sind auch meine einzigen Fleischsorten aus den Geflügel, die ich wirklich mit großen Vergnügen... So, jetzt wird es langsam... Und natürlich Kutteln. Ja, ja, Kutteln. Sind das Kalbskutteln? Die Dienstle haben sich vorbereitet. Das sind Kalbskutteln. Man kann auch Rindskutteln nehmen, man kann natürlich auch dafür Weißwein nehmen, man kann sogar mit Rotweinkutteln machen, das geht alles, das ist eine Frage der Fantasie. Oder mit schwäbischen Most, die Schwaben kochen doch viel. Mit Citro, ich habe vorhin von Ihrem Regisseur gehört, in Frankreich gibt es das mit Citro und Kalbskutteln. Aber die Schwaben machen viel Kutteln, oder? Saure Kutteln, das ist wieder, das ist auch ein arme Leute-Essen. Das hier ist ein Rezept, dessen Ursprung war in Elsass war. Elsass. Naja, da liegt ja der Champagner nahe. Ja, kommt jetzt der große Moment. Ich würde noch eine Weile warten. Ich würde noch eine Weile warten. Aha, nur im... Darf ich vielleicht kurz das Bein stellen? Das muss richtig braun werden. Wenn es jetzt nicht zischt, wenn ich das da rein tue... Es wird gewaltig zischen. Dann hat er irgendwie noch keine Betriebsdemperatur. Oh, das sieht aber schon sehr, sehr, sehr gut aus. Soll er rein. Oh, weiter, weiter. Welch ein wunderbares Getränkchen. Wobei man ja sagen muss, es gibt ja inzwischen auch preiswerte Champagner. So ist es. Die hat jetzt 14,95 Mark, wir machen keine Werbung, aber bei Aldi gibt es so. Und die sind ja teilweise preiswerter als ein guter deutscher Jahrgangssekt. Denn da kann man gut sein, 18 Mark oder 20 Mark zahlen. Muss allerdings auch sagen, dass es deutsche Sekte gibt, die durchaus auch qualitativ mithalten. Sehr, sehr gut. Bei Champagner ist es natürlich auch ein bisschen... Also ich habe jetzt noch etwas gelbe Rüben dazu getan. Wir haben noch Lauch oder Zwiebeln. Das sind Frühlingszwiebeln. Frühlingszwiebeln, die kommen noch dazu. Und jetzt muss das einfach mal richtig garren. Jetzt muss das mit dem Champagner ein bisschen garren. Dann brauche ich noch dazu, jetzt geht es jetzt richtig los. Ich halte mich zurück. Senf. Senf. Zwei Esslöffel Senf. Na bitte, Sie kennen sich ja schon hervorragend aus. Links, ja, sind die Löffel. So, ich rein. Ja, tun wir rein. Jetzt ist ganz erstaunlich. Noch etwas? Ja, ich brauche noch... Also hier steht alles Mögliche. Knoblauch. Das ist ganz wichtig. Knoblauch. Das ist das schon geschnitten. Soll man den mit einer Presse oder so? Nein, nein, den hauen wir so. Verrühren, den Senf, ja. Verrühren, jawohl. Das muss jetzt einfach heiß werden. Oh, oh, Knoblauch riecht. Der riecht, ja. Möglichst nicht vor einer wichtigen Sitzung oder einem Besuch. Obwohl gerade vielleicht deshalb. Oder dann doch. Das ist ein Psychoterror, ne? Ja. Dann tun wir noch einen Faux rein. Ja. Einen Kalbsfond. Kalbsfond. So ein Kalbskutteln. Kalbsfond. Ist ja früher ein sehr beliebtes Armeleute-Essen gewesen. Ja, das gab es bei uns immer samstags. Ja. Mit Bratkartoffeln. Mit Bratkartoffeln. Und wird heute noch, also in Frankreich und Italien, als große Delikatesse auf sehr unterschiedliche... Es hat im Schwäbischen auch eine Renaissance erlebt. Tatsächlich? Also man kann heute wieder, so wie der Appleboy in Hessen, der Most im Schwäbischen, hat auch die Kuttel wieder eine Renaissance erlebt. Ja, ja. Ja, übrigens sehr vieles bodenständige, sehr viel regionale Küche. Zurückkommt. Die zurückkommt und zwar jetzt verfeinert. Also insofern war dieser Umweg über die Nouvelle natürlich schon ein Segen. Das führt zur Verfeinerung des Originalen. Weil er die Vereinfachung, die Frische, das alles kommt von der Nouvelle und das wird angewandt auf alte Gerichte. Das ist eigentlich perfekt. Ein Löffel. Einen sauberen Löffel zum Probieren. Kindle, hier. Hier. Fauler Sack. Übrigens, also ich spicke wild nicht. Das ist ja auch eine... Nein, tun wir auch generell. Nein, 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 nein. Das nimmt ja viel zu viel. Ja, und es zerschneidet das Fleisch. Probieren Sie mal. Es fängt schon ganz gut zu. Und dann... Uiuiui. 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 So, und jetzt die Kutte. Jetzt die Kutte. Wir müssen, glaube ich mal... Kleingeschnitten. Kleingeschnitten. Also die sind geschnitten wie Spätzle. Ja. Sind schon sehr stark vorgekocht. Haben die einen Eigengeschmack? Die haben schon einen bisschen einen Eigengeschmack. Aber sie sind deshalb so toll, man kann sie mit verschiedenen Rezepten machen, weil sie eben sich anpassen. Die nehmen das an. So ist es. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch so verschiedene Arten. Es gibt wahnsinnig viele. Ja. Schütten Sie es mal rein. Ich überlege gerade, wie die schmecken. Die schmecken gekocht wie sonst rohes Kalbfleisch, glaube ich, so ungefähr. Aber das ist ja... Naja, das ist nicht... Es ist ja nicht zu Ende gekocht. Nein, 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 natürlich. Ja, klar. Und eben noch ohne irgendeine Geschmackszugabe. So, und jetzt geht es richtig. Aber die schmecken auf jeden Fall nicht unappetitlich oder irgendwie... Das ist ja für... Das ist ein Vorurteil. Warum ist das, weil Menschen in der Reihe... Ja, weil auch der Spruch, Pansen, denken Sie an Hundefutter oder sowas. Das ist natürlich schon da negativ besetzt. Aber es gibt ja viele, die essen keine Leber, kein Herz, keine Nieren, keine... So, jetzt brauche ich noch mal Champagner. Sweetbread. Wichtigste Aufgabe hier. Wunderbar. Ein Anblick. Champagner in großen Mengen. Ja. Jetzt muss ich auch mal probieren. Wird schon? Ja, das müssen wir richtig durchkochen. Ja, ja, klar. Das Gas zieht nicht so richtig. Ja, wir haben hier diesen Gas aus den Flaschen. Wir haben Gas aus den Flaschen. Das hat nicht ganz so viel Druck wie das normale aus der Leitung. 90 Prozent der Hausfrauen kochen ja mit elektrisch, weil sie Angst haben vor dem Gas. Ja, man liest ja auch immer die Häuser, die da in die Luft geflogen sind. Also so ganz geheuert. Ganz ohne ist es nicht. Ist es nicht. Und es ist auch noch heute mit den Anschluss... Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Das köchelt vorsichtig. Das können wir jetzt mal, ja. In der Zwischenzeit würde ich sagen, zeige ich mal... Also erstmal müssen wir unbedingt den Pansen da unten nochmal begießen. Ich darf mal die Flasche da rüber stellen, wenn Sie nochmal gießen müssen. So, also ich habe hier... Den zwei Hasenrücken, die habe ich gehäutet schon, beziehungsweise da wo ich sie kaufe, kriege ich sie schon gehäutet. Und dann werden die... Das ist ja eine hafte Arbeit. Das ist eine Fummelarbeit. Und dann schneide ich es ein, aus mehreren Gründen. Einmal ganz simpel... Ich spicke nicht, die haben gerade... Er hat gesagt, wir spicke nicht. Ja, Knoblauch. Aber ich... Ja, auch nicht dieses... Also für einen anderen würde ich Knoblauch nehmen, für einen Lammrücken würde ich Knoblauch nehmen. Hier nehme ich nur Wacholderbeeren. Oh ja. Ausschließlich. Deswegen übrigens auch nachher für die Soße der Gin. Ja, das ist der Wildgeschmack. Und der zweite Grund des Aufschneidens ist, dass er... Wenn er zu ist, biegt er sich. Und wenn er hier so ein bisschen offen ist, dann geht die Hitze eben auch nach innen. Und deswegen auch nur 20 Minuten. Das ist ja eigentlich unheimlich schnell. Ja, ja, das ist wenig. Ich bin immer etwas hemmungslos. Das ist ein bisschen zu viel, aber... Na gut. Mit den Wacholderbeeren. Ob Sie so lieb sind und... Oh, so ein bisschen... Ehemaliger Hammerwerfer, er möchte das sein. Das kann er. Das kann er. Bisschen Salz dazu. Und wenn Sie so nett sind... Das geht aber verdammt schwer, ne? Ja. Pfeffer? Pfeffer, ja. Der Hausherr spielt sich ja als Herrenmensch auf, ne? Nein, 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 nein. Okay. Jetzt muss er einmal arbeiten, schon meckert er. So, das tue ich jetzt da in diese Ritze und drücke das wieder etwas zu. So. Da ist jetzt Salz, Pfeffer drin. Ich habe aber noch ein bisschen Pfeffer zusätzlich gegeben. Das kann nie schaden. So. Und jetzt brate ich die ein bisschen an. So, und hier geht auch die Post ab. Sehr gut. Noch genug Champagner drin. Ja, noch. So. Bisschen, immer ein bisschen Öl bei Butter, damit sie nicht so braun wird. Ja. Jetzt wird das kurz angebraten. Dann kommt der Speck drauf. Und dann kommt es ins Rohr. Das ist eigentlich... Mal gucken. Die Uhr geht gar nicht. Ich habe das Gefühl, der könnte sogar schon sein. Technical Delay. Irgendwie Technical Delay. Ich habe wahrscheinlich nicht genug aufgedreht. Das kann sein. Ich möchte mal eine Gabel testen. Vorsicht, Vorsicht. Können wir mal gucken. Ich gucke mal. Na, der darf noch. Ein bisschen, ein bisschen kann er noch. Also ich glaube noch. Was haben wir noch? Können wir hier noch mal was stellen? Ja. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Wunderbar. Ich lasse das einen Augenblick hier stehen. Ja. Oh, jetzt geht es aber hier los. Jetzt geht es hier los. Ja, hier runter. Ja, ein bisschen zurück. In die andere Richtung. Ja, ja, nee, jetzt ist es runter. So. Nee, jetzt kann es aus. Das ist der Hauser, der Großtechniker. Ja, komm, 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 komm. Die sind? Er macht mir mein Feuer kaputt, der Typ. Nee, 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 nee. Ist das kleiner? Ja, es sollte kleiner, weil es zu stark ist. Das muss nach unten. So, noch ein bisschen Pfeffer. So, und jetzt wird das ein bisschen, ich stelle meine Kabel hier. Ich halte das jetzt ein bisschen so hoch, damit das überall mal ein bisschen anbrät. Und dann ein bisschen so. Geht ganz schnell. Ja. Ja, ist ja erstaunlich, dass das dann nachher nur 20 Minuten dauert. Weil Wild braucht ja sonst eine gewisse Zeit. Ja, aber der ist, der Hase ist irgendwie ganz schmaler Rücken. Ja, 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 ja. Denn wenn Wild zu roh ist, das finde ich auch nicht gut. Also da muss man auch was sagen. Ich überhaupt nicht. Also es gibt diese Novelle mit diesem ganz, ganz roten Wild. Ja. Überhaupt nicht mein Ding. Rehbraten. Rehbraten? Rehbraten, innen noch rosa, das schmeckt gut. Ja, rosa, rosa. Aber es gibt, also ich finde, bei Wild eher. Ich auch. Eher mehr als weniger. Ich auch. Ich brauche Pfeffer und Salz. Ja, Salz ist hier und Pfeffer ist die große. So, das ist es eigentlich. Jetzt tue ich das wieder ins Rohr. Ich muss ein bisschen Salz nehmen. Ja. Genug. Ja. Gut. So, jetzt kommt das raus. So, jetzt tue ich die, nehme ich die raus. Die Schale. Gieße sie so ein bisschen ab. Und jetzt gibt es was sehr Schönes bei meinem neuen Backofen. Einen Backraumteiler. Wenn Sie das so netterweise aufmachen. Wenn Sie aufmachen. Ah ja, die untere Hälfte dann. Dann kann man das reinschieben. Ja, vor allem der Witz ist, dass oben, oben sind jetzt 200 Grad und unten sind 50 oder 60. Nur zum Warmheil. Das geht sonst ja nicht, ne? Ja. Das ist ganz neu. So. Jetzt kommt da die Soße. Speck wegnehmen. Mach mal hier. Das nehme ich mal weg. Ja. So. Jeden Tropfen Flüssigkeit. Und da kommt jetzt Sahne dazu. Hauser ist so still. Ja. Wir sind jetzt hier schwer am rotieren. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Ja. Da habe ich noch so einen Löffel, so einen Kochlöffel. Aber nicht, wo Fisch draufsteht. Nee, nee. Ja. Wunderbar. So. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Sößchen. Und weil so viele Wacholderbeeren drin sind, passt natürlich das drin. Das ist heute ein sehr alkoholisches Essen, was wir hier zubereiten. Obwohl, es ist ja immer eine Frage der Menge. Ja. Also, ne? Das ist klar. Die paar Tropfen und die verdampfen auch noch. Es ist eigentlich mehr für den Geschmack. Ja. Da kommt jetzt dann. Kienz, du probierst nur. Ja. Irgendwas fehlt da noch. Irgendwas fehlt. Also, ich tue jetzt noch ein bisschen Quittengelee dran. Quittengelee? Quittengelee. Quittengelee. Das ist ein Tag der Überraschungen. Das lässt nichts aus. Und dann tun wir noch ein bisschen hinterher Kräuter der Bromance dran. Aber da müssen wir es noch etwas köchen lassen. Und Zitronen. Zitrone ist auch eine Zitrone. Die Zitrone habe ich schon hier. Da ist sie. Ja. Was brauche ich? Kräuter der Bromance. Ich brauche ein bisschen Pfeffer. So. Dann kann ich hier schon mal die jetzt. Wenn Sie so nett sind, dass wir das wieder zu machen. Jetzt brauche ich noch mal Ihre Hilfe. Ja. Einfach nur mit so einem Löffel draufbleiben. Weil mit diesem hier, der ist schon davon. Ja. Hat schon den Geschmack. Weil ich will alles, was noch angeht, Flüssigkeit drin ist, rausgießen, dass die mir nicht wegrutschen. Achso. Aber jetzt, gucken Sie mal, ist nicht rot. Ja, wunderbar. Gar nichts. Wunderbar, ja. Hat doch eine schöne Farbe. Ja, sehr schön. Wird ganz kurz jetzt noch mal in der. In der Soße. Soße. So zart ist der, dass der mit dem Löffel weggeht. Das ist natürlich. Ja. Das ist super. Das muss einer vom linken Niederrhein sein. Ja, das muss einer sein. Das muss einer sein. Der kommt aber, das ist die Wahrheit aus Frankreich. Ja, die kommen ja immer rübergelaufen. Ja. So wie die deutschen Künstler nach Belgien laufen, so kommen die französischen Hasen nach Deutschland. Ja. Ich glaube, zwei reichen für uns, die teile ich uns. Aber ich finde, er will sowieso eine Sache, also zur entsprechenden Jahreszeit. Ja, ja. Die einfach, wenn man dann noch einen schönen Knödel oder so zumacht, einen guten Rot. Oh, 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 oh. Nein, weil einfach auch das Fleisch schmeckt ganz anders. Von all dem, was die essen, ne? Ja. Die essen eben einfach schöne Sachen. Ich glaube, das kann man schon. Also so langsam wird es, langsam wird es noch nicht ganz, aber. War das mein Löffel und probiere ich noch mal. Ich bin schon in Schweiß geweidet. So. Ich hole uns mal in den Teller. Ja. Oh ja. So ist es aber ein bisschen. So. Und? Es beginnt langsam was zu werden. Es zieht durch. Wollen wir jetzt noch die Kräuter der Provence? Ja, die würde ich sagen, Petra, ein bisschen. Nur abzopfen. Nicht zu viel. Da, genau die richtige Farbe. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Das ist. Toll. So. 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 Muss da nicht noch was zu? Ja, ja, wir können es, wir müssen es nicht abschmecken, aber wir können es abschmecken mit zwei Eigelb. Versuch's mal. Dann müssen wir, dann müssen wir aber es runterschalten, ne? So ist es, aber das ist noch nicht ganz fertig, noch nicht? Also, wir probieren hier noch eben mal. Darf ich sie kurz entführen? Oh ja. Gerne. Dazu müssen wir allerdings ein Schlückchen Roten trinken. Ich bin ein bisschen eng mit drei hier, ne? Ja, das trüben wir schon hin. So. Ein Schluck, und zwar habe ich mal was, ich dachte, einen guten Pardonschl, das haben Sie selbst. Ich habe einen Dao aus Portugal. Den habe ich entdeckt auf einer Reise nach Lissabon letztes Jahr. Und ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt. Ich gebe allerdings zu, ich habe zwischen einen 91er probiert, der war nicht so gut. Aber der 90er ist, finde ich, Person, das ist auch so ein witziges Etikett. Mal ganz was anderes. Versuchen wir mal. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Hasen gehört ein Rotwein. Beachtlich. Ja. Oder? Genau. Mal was anderes. Oh ja. Etwas in Enge, in Enge, aber... So, aber jetzt probieren wir, möchte ich die Kuttel, egal, wie sie es ist. Die Frage ist, ob wir noch abschmecken sollen. Machen wir mal raus. Ich glaube nicht. Wir sind... Jetzt probieren wir einfach so. Sollen wir das machen? Ich mit dem Ei würde ich lassen. Also wenn das nicht so ganz hinhaut, dann kann man mit einem Ei und einem Schusskuchen... Allen nötlichen kann man noch was machen. Das hinmogen. Aber das brauchen wir nicht, denn das ist ja gut geworden. Das brauchen wir irgendeine Kelle, aber die, naja, die ist ja... Vielleicht damit... Bisschen klein. Ja, ich... Doch, das geht. Ich habe irgendwo... Die ist in der Spülmaschine. Darf ich Ihnen das einfach mal so geben? Die richtige Kelle, die dazu gehört, die ist irgendwo wahrscheinlich in der Spülmaschine. Aha. Jetzt geht auch die Uhr. Ja. So. So. Danke. Jetzt bin ich aber gespannt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und wie gesagt, Leute, die Angst davor haben, die sollen es einfach mal probieren. Ja. Jetzt muss ich auch mal probieren. Wird schon? Ja, jetzt müssen wir richtig durchkochen. Ja, ja, klar. Das Gras zieht nicht so richtig. Ja, wir haben hier diesen Gas aus den Flaschen. Wir haben Gas aus den Flaschen. Das hat nicht ganz so viel Druck wie das normale aus der Leitung. 90 Prozent der Hausfrauen kochen ja mit elektrisch, weil sie Angst haben vor dem Gas. Ja, man liest ja auch immer die Häuser, die da in die Luft geflogen sind. Also so ganz geheuer. Ganz ohne ist es nicht. Ganz ohne ist es nicht. Und es ist auch noch heute mit den Anschlüssen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Das köchelt es vor sich hin. Das können wir jetzt mal, ja. In der Zwischenzeit würde ich sagen, zeige ich mal. Also erstmal müssen wir unbedingt den Pansen da unten nochmal begießen. Ich darf mal die Flasche da rüber stellen, wenn Sie nochmal gießen müssen. So, also ich habe hier den zwei Hasenrücken, die habe ich gehäutet schon. Beziehungsweise da wo ich sie kaufe, kriege ich sie schon gehäutet. Ja, ja. Und dann werden die... Das ist ja eine hafte Arbeit. Das ist eine Fummelarbeit. Und dann schneide ich es ein, aus mehreren Gründen. Einmal ganz simpel. Wir spicken, oder? Nicht, ich spicke nicht. Wir haben gerade gesagt, wir spicken nicht. Wir spicken. Aber ich, ja, auch nicht dieses, also für einen anderen würde ich Knoblauch nehmen. Für einen Lammrücken würde ich Knoblauch nehmen. Hier nehme ich nur Wacholderbeeren. Oh ja. Ausschließlich. Deswegen übrigens auch nachher für die Soße der Gin. Ja, das ist der Wildgeschmack. Und der zweite Grund des Aufschneidens ist, dass er, wenn er zu ist, biegt er sich. Und wenn er hier so ein bisschen offen ist, dann geht die Hitze eben auch nach innen. Und deswegen auch nur 20 Minuten. Das ist ja eigentlich unheimlich schnell. Ja, ja, deswegen. Ich bin immer etwas hemmungslos. Das ist ein bisschen zu viel, aber... Na gut. Mit den Wacholderbeeren. Ob Sie so lieb sind? Oh, so ein bisschen... Ehemaliger Hammerwerfer. Er möchte das da. Das kann er. Bisschen Salz dazu. Und wenn diese Netze... Es geht aber verdammt schwer, ne? Ja. Pfeffer? Pfeffer, ja. Der Hausherr spielt sich ja als Herrenmensch auf, ne? Na, 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 na. Okay. Jetzt muss er einmal arbeiten, schon meckert er. So, das tue ich jetzt da in diese Ritze und drücke das wieder etwas zu. So. Da ist jetzt Salz, Pfeffer drin. Ich habe aber noch ein bisschen Pfeffer zusätzlich gegeben. Das kann nie schaden. Und jetzt brate ich die ein bisschen an. Nicht vor einer wichtigen Sitzung oder einem Besuch. Ja, obwohl gerade vielleicht deshalb. Oder dann doch. Das ist dein Psychoterror, ne? Ja. Dann tun wir noch ein Faux rein, ein Kalbsfond. Kalbsfond. So ein Kalbskutteln. Kalbsfond. Ist ja früher ein sehr beliebtes Armeleute-Essen gewesen. Ja, das gab es bei uns immer samstags. Ja. Mit Bratkartoffeln. Mit Bratkartoffeln. Und wird heute noch, also in Frankreich und Italien, als große Delikatesse auf sehr unterschiedliche... Es hat im Schwäbischen auch eine Renaissance erlebt. Also man kann heute wieder, so wie der Appleboy im Rissen, der Most im Schwäbischen, hat auch die Kuttel wieder eine Renaissance erlebt. Wie ja übrigens sehr vieles bodenständige, sehr viel regionale Küche, die zurückkommt und zwar jetzt verfeinert. Also insofern war dieser Umweg über die Nouvelle natürlich schon ein Segen. Das führt zur Verfeinerung des Originalen. Weil er die Vereinfachung, die Frische, das alles kommt von der Nouvelle und das wird angewandt auf alte Gerichte. Das ist eigentlich perfekt. Ein Löffel. Einen sauberen Löffel zum Probieren. Kinschle, hier. Hier. Fauler Sack. Übrigens, also ich spicke wild nicht. Das ist ja auch eine gute Sache. Nein, tun wir auch generell. Nein, 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 nein. Das nimmt ja viel zu viel. Ja, und es zerschneidet das Fleisch. Probieren Sie mal. Es muss, es muss schon. Uiuiui. 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 So, und jetzt die Kutte. Die Mischung aus dem... Wir müssen, glaube ich mal... Kleingeschnitten. Kleingeschnitten. Also die sind geschnitten wie Spätzle. Ja. Sind schon sehr stark vorgekocht. Haben die einen Eigengeschmach? Die haben schon ein bisschen einen Eigengeschmach. Aber sie sind deshalb so toll. Man kann sie mit verschiedenen Rezepten machen, weil sie eben sich anpassen. Die nehmen das an. So ist es. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch so verschiedene Arten. Das gibt wahnsinnig viele. Ja. Schütten Sie es mal rein. Ich überlege gerade, wie die schmecken. Die schmecken gekocht wie sonst rohes Kalbfleisch, glaube ich so ungefähr. Aber das ist ja... Es ist noch nicht zu Ende gekocht. Nein, 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 natürlich. Ja, klar. Und eben noch ohne irgendeine Geschmackszugabe. So, und jetzt geht es richtig. Aber die schmecken auf jeden Fall nicht unappetitlich oder irgendwie... Das ist ein Vorurteil. Warum ist das bei Menschen mit in der Reihen... Ja, gut, das hat ja mit zu tun. Ja, weil auch der Spruch, Pansen, denken Sie an Hundefutter oder sowas. Das ist natürlich schon da negativ besetzt. Aber es gibt ja viele, die essen keine Leber, kein Herz, keine Nieren, keine... So, jetzt brauche ich noch mal Champagner. Sweet bread. Wichtigste Aufgabe hier. Wunderbar. Ein Anblick. Haha, Champagner in großen Mengen in das... Ja. Jetzt muss ich auch mal probieren. Wird schon? Ja, das müssen wir richtig durchkochen. Ja, ja, klar. Das Gas zieht nicht so richtig. Ja, wir haben hier diesen Gas aus den... Es merkt was nach. Es merkt was nach. Es merkt was nach. Es merkt was nach. Das haben wir ja schon mal gesprochen. Gut, wenn er einsichtig wird, dann ist es ja... Er wirkt schmink doch besser als geschossen. Das ist richtig. Einfach mit zwei Gabeln, da ist eine Schublade links, und dann... Einfach so diesen Speck ein bisschen wegnehmen, einfach so zur Seite. Zur Seite. Ja. Und dann nehme ich noch ein normales... Wenn Sie mir einen Löffel da noch geben. Dann begieße ich den jetzt. Vielleicht können Sie den so mit der Gabel ein bisschen hochhalten, dann kann ich ihn... Ja, dann hole ich dir das so. Wunderbar. Der sieht aber gut aus. Sieht gut aus. Das muss ein Hase vom Niederrhein sein. Ah! Da sind ja die besten Hasen. Da sind die besten Hasen. Der kommt doch aus Frankreich. Da sind die besten Hasen. Ich lege... Der kommt aus Frankreich. Ja, ja, ja. Wunderbar. So. Das geht alles sehr, sehr schnell. Das kommt jetzt auch mal rein. Der braucht insgesamt nur 20 Minuten. Der war jetzt 10 Minuten drin. Und jetzt noch mal 10 Minuten. Ja, der soll ja auch ein bisschen rot sein. Ja. Und ich mache ja aus diesem Saft und der Butter nachher ein kleines Sößchen. Und wenn er zu rot ist, lässt man ihn einfach noch ein paar Minuten drin ziehen. Na ja, jetzt sind Sie, jetzt das Feld ist frei für Sie. Ich habe mich ja gewundert, mussten Sie ihn überreden, dass er das akzeptiert hat? Also er hat es noch nie gegessen. Doch nie gegessen? Ich habe überhaupt noch nie jemanden getroffen, der das gegessen hat, was Kienze gekocht hat. Und da er das Rezept vorgeschlagen hat... Und er wahrscheinlich der Einzige in der Republik ist. Ich wollte die Sendung noch erleben. Also, also wir fangen an mit Zwiebeln. Ja. Jetzt mache ich mal einfach den Herd an. Die hatten Sie... Die hatten Sie... Na, wie geht das? Der soll... Ja, ja, einfach ein bisschen länger. Mit Technik kann er es nicht drücken und dann kommt es. Ja, sehr gut. Und einfach erarbeiten. Okay. Nee, ist auch... Ist leider nicht an. Ist an. Doch, doch, aber man muss ein bisschen länger halten. So. So, und jetzt fangen wir an mit Zwiebeln. Und das ist das Wichtigste. Die sind schon ein bisschen vorgebräunt. Ich habe es jetzt ganz hoch. Ich habe es jetzt ganz hoch. Also, privat würden Sie ja nie zusammen kochen. Nein. Nein. Also, ich denke, wenn man sich hinter Giensten sieht... Nein, Hauser... Also, nur weil Sie dabei sind, vermute ich ja, dass ich hier nicht vergiftet werde. Also, Hauser kann nicht kochen, will nicht kochen. Der hat den alten Standpunkt eines strammen Konservativen, die Frau gehört. Das stimmt überhaupt nicht. Aber meine Frau kann hervorragend kochen. Also, es gibt keinen Grund für... Vor allen Dingen wild. Natürlich. Also, das hier ist drei Stunden gekocht worden. Man kauft es, glaube ich, wenn man es überhaupt kriegt, man kriegt es nicht überall, schon gekocht. Im Norden kriegen Sie es nicht. Also, die sagen, das essen nur Türken und Hunde. Das ist also... Oh, 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 oh. Das ist richtig rassistisch. Also, nur Kulturvölker haben... Der Schwabe. Nur Kulturvölker haben... Eine Trippe, ne? In Frankreich und Trippe in Italien und die Schwaben. Die Schwaben. Das Kulturvolk der Schwaben. Aber nicht zuletzt die Schwaben. Darf ich ganz kurz... Ich habe einen Hasenrücken, mache ich. Einen werde ich zeigen, aber einen habe ich schon drin. Und Sie sind doch Jäger. Richtig. Also, darf ich in diesem Fall Sie bitten, mir zu helfen? Dieser Hase wurde erwürgt, nicht geschossen. Ja, 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 ja. Es wird was nach. Es wird was nach. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Gut, wenn er einsichtig wird, dann ist es ja... Er wirkt, schmiert doch besser als geschossen. Das ist richtig. Einfach mit zwei Gabeln, da ist eine Schublade, links, und dann... Ja. Einfach so diesen Speck ein bisschen wegnehmen, einfach so zur Seite. So. Und dann nehme ich noch ein normales... Wenn Sie mir einen Löffel da noch geben? Dann begieße ich den jetzt. Vielleicht können Sie den so mit der Gabel ein bisschen hochhalten, dann kann ich... Ja, dann hole ich mir das so. Wunderbar. Sieht gut aus, ne? Das muss ein Hase vom Niederrhein sein. Da sind ja die besten Hasen. Da sind die besten Hasen. Der kommt doch aus Frankreich. Da sind die besten Hasen. Wunderbar. 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 Das geht alles sehr, sehr schnell. Das kommt jetzt auch mal rein. Der braucht insgesamt nur 20 Minuten. Der war jetzt 10 Minuten drin. Und jetzt noch mal 10 Minuten. Ja, der soll ja auch ein bisschen rot sein. Ja. Und ich mache ja aus diesem Saft und der Butter nachher ein kleines Sößchen. Und wenn er zu rot ist, lässt man ihn einfach noch ein paar Minuten drin ziehen. Na ja, jetzt sind Sie, jetzt fällt es frei für Sie. Ich habe mich ja gewundert, mussten Sie ihn überreden, dass er das Wort akzeptiert hat? Also er hat es noch nie gegessen. Doch nie gegessen? Ich habe überhaupt noch nie jemanden getroffen, der das gegessen hat, was Kienze gekocht hat. Und da er das Rezept vorgeschlagen hat... Und er wahrscheinlich der Einzige in der Republik ist. Ich wollte die Sendung noch erleben. Also, wir fangen an mit Zwiebeln. Ja. Jetzt mache ich mal einfach den Herd an. Die hatten Sie... Na, wie geht das? Ja, ja, einfach ein bisschen länger. Mit Technik kann er es nicht drücken und dann kommt es. Ja, sehr gut. Und einfacher arbeiten. Okay. Nee, ist auch... Ist leider nicht an. Ist halt. Nee, doch, doch, aber man muss ein bisschen länger halten. So. So, und jetzt fangen wir an mit Zwiebeln. Das ist das Wichtigste. Die sind schon ein bisschen vorgegalt. Die sind schon vorgegalt. Ja, die sind vorgegalt. Dazu tue ich jetzt ein bisschen von meinem Grünzeug. Ja. Und das muss jetzt auf volle Pulle kochen. Aha. Also in dem Fall ist ja ein seltener Amt. Ja, 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 ja. Schneller, schneller, schneller. Nein, 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 nein. Ich fange mal mit dem Rühren an. Nein, wir müssen das jetzt auf volle Pulle kriegen, dass es wirklich richtig heiß ist. Ja, ja, ich habe es jetzt ganz hoch. Ich habe es jetzt ganz hoch. Also privat würden Sie ja nie zusammen kochen. Nein, nein, nein. Also ich denke, wenn man sich jeden Tag Diensten sieht... Nein, 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 nein. Also nur weil Sie dabei sind, vermute ich ja, dass ich hier nicht vergiftet werde. Ja, also Hauser kann nicht kochen, will nicht kochen. Der hat den alten Standpunkt eines strammen Konservativen, die Frau gehört. Ja, das stimmt überhaupt nicht, aber meine Frau kann hervorragend kochen. Also es gibt keinen Grund. Vor allen Dingen Wild. Ah, natürlich. Und Sie liefern... Ich liefere das Material an, ja. Selbst erwirkt das Wild. Das hat Ihnen sehr beeindruckt. Ja, schmeckt besser als erschossen ist. Ja, 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 ja. Hasen kriegt man ja nicht immer frisch, aber man kriegt das Ganze ja tiefgefroren. Ja, ja. Also, und ich glaube, Wild ist auch ein Fleisch, das man durchaus tief frieren kann. Ja, generell, also wir machen auch häufig Wildschweinkeule. Und ich behaupte sogar, dass wenn das Tiefgefroren war, dass etwas... Wir machen dann Wildschweinkeule, haben Sie das gehört? Ja. Wir machen gerne, er lässt machen. Ja, bei uns ist das eine Gemeinschaftsarbeit. Nein, 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 nein. Kienzle geht natürlich nur zum Gleicher und Kauf, nicht? Sie schießt... ...ist das Ursprungsprodukt. Und die Frau kocht es dann? Ja. Und ist die auch tiefgefroren, die Kölnkeule? Die frieren wir dann auch, weil das natürlich nicht sofort, das ist ja viel. Genau. Und sogar manche sagen ja, dass das Wild sogar dadurch zart, also mürber wird. Was man früher durch das Einlegen gemacht hat. Und ich kann immer nur sagen, wenn Sie Wild essen, dann merken Sie erst, wie, welche Kunstprodukte in Anführungszeichen das andere Fleisch macht. Weil Wild nicht gezüchtet wird. Und nicht gezüchtet wird, da kann keiner irgendwas ins Futter tun. Das hat eine Nahrungskette, die breit ist. Bis zu einem gewissen Grad behaupte ich das vom Lamm, ob es so ist, weiß ich nicht. Ja. Aber das Lamm ist ja auch mal draußen und nicht in diesen Massentierhaltungen. Also das sind auch meine einzigen Fleischsorten aus den Geflügel, die ich wirklich mit großen Geflügel... So, jetzt wird es langsam interessant hier. Und natürlich Kutteln. Ja, ja, Kutteln. Sind das Kalbskutteln? Die Dienstle haben sich vorbereitet. Das sind Kalbskutteln. Man kann auch Rindskutteln nehmen, man kann natürlich auch dafür Weißwein nehmen, man kann sogar mit Rotweinkutteln machen, das geht alles, das ist eine Frage der Fantasie. Oder mit schwäbischen Moscht. Das geht auch. Die Schwaben kochen doch viel. Mit Citro. Ich habe vorhin von Ihrem Regisseur gehört, in Frankreich gibt es das mit Citro und Caledon. Aber die Schwaben machen viel Kutteln, oder? Saure Kutteln. Das ist wieder, das ist auch ein arme Leute-Essen. Das hier ist ein Rezept, dessen Ursprung war, wenn Elsass war. Elsass. Naja, da liegt ja der Champagner nahe. Ja. Kommt jetzt der große Moment. Ich würde noch eine Weile warten. Ich würde noch eine Weile warten. Ich würde noch eine Weile warten. Aha, nur im... Ja, 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 ja. Darf ich vielleicht kurz das Bein stellen noch? Es muss richtig braun werden. Gekocht werden. Also das hier ist drei Stunden gekocht worden. Man kauft es, glaube ich, wenn man es überhaupt kriegt, man kriegt es nicht überall, schon gekocht. Im Norden kriegen sie es nicht. Also die sagen, das essen nur Türken und Hunde. Das ist also... Oh, 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 oh. Das ist richtig rassistisch. Also nur Kulturvölker haben... Der Schwabe. Nur Kulturvölker haben... Das ist richtig rassistisch. Dieser Hase wurde erwürgt, nicht geschossen. Ja, 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 ja. Das haben wir ja schon mal. Das haben wir ja schon mal gesprochen. Gut, wenn er einsichtig wird, dann ist es ja. Er wirkt, schmeckt doch besser als geschossen. Das ist richtig. Einfach mit zwei Gabeln, da ist eine Schublade links und dann... Einfach so diesen Speck ein bisschen wegnehmen. Einfach so zur Seite. Und dann nehme ich noch ein normales... Wenn Sie mir einen Löffel da noch geben. Dann begieße ich den jetzt. Vielleicht können Sie den so mit der Gabel ein bisschen hochhalten. Und dann kann ich ihn... Ja, dann hole ich mir das so. Wunderbar. Wunderbar. Sieht gut aus. Das muss ein Hase vom Niederrhein sein. Da sind ja die besten Hasen. Da sind die besten Hasen. Da sind die besten Hasen. Ich lege... Der kommt aus Frankreich. Ja, ja, ja. Wunderbar. So, das geht alles sehr, sehr schnell. Das kommt jetzt auch mal rein. Der braucht insgesamt nur 20 Minuten. Der war jetzt 10 Minuten drin. Und jetzt noch mal 10 Minuten. Ja, der soll ja auch ein bisschen rot sein. Ja. Und ich mache ja aus diesem Saft und der Butter nachher ein kleines Sößchen. Und wenn er zu rot ist, lässt man ihn einfach noch ein paar Minuten drin ziehen. Na ja, jetzt sind Sie... Ja, also... Ich habe mich ja gewundert, mussten Sie ihn überreden, dass er das akzeptiert hat? Also er hat es noch nie gegessen. Doch nie gegessen? Ich habe überhaupt noch nie jemanden getroffen, der das gegessen hat, was Kienze gekocht hat. Und da er das Rezept vorgeschlagen hat... Und er ist wahrscheinlich der Einzige in der Republik. Ich wollte die Sendung noch erleben. Also, wir fangen an mit Zwiebeln. Ja. Jetzt mache ich mal einfach den Herd an. Die hatten... Die hatten Sie... Na, wie geht das denn so? Ja, ja, einfach ein bisschen länger. Mit Technik kann das nicht drücken und dann kommt es. Ja, sehr gut. Und einfacher arbeiten. Ne, ist auch... Ist leider nicht an. Ist an. Ne, doch, doch, aber es muss ein bisschen... Man muss ein bisschen länger halten. So. So, und jetzt fangen wir an mit Zwiebeln. Das ist das Wichtigste. Die sind schon ein bisschen vorgebräunt. Die sind schon vorgebräunt. Ja, die sind vorgebräunt. Dazu tue ich jetzt ein bisschen von meinem Grünzeug. Ja. Und das muss jetzt auf voller Pulle kochen? Aha. Also in dem Fall ist ja ein seltener Amt. Zwei Hasenrücken. Die habe ich gehäutet schon. Beziehungsweise, da wo ich sie kaufe, kriege ich sie schon gehäutet. Ja, ja. Und dann werden die... Das ist ja eine hafte Arbeit. Das ist eine Fummelarbeit. Ja. Und dann schneide ich es ein. Aus mehreren Gründen. Einmal ganz simpel. Wir spicken, oder? Nicht. Ich spicke nicht. Wir haben gerade gesagt, wir spicken nicht. Ja, so blau. Aber ich... Ja, auch nicht dieses... Also, für einen anderen würde ich Knoblauch nehmen. Für einen Lammrücken würde ich Knoblauch nehmen. Hier nehme ich nur Wacholderbeeren. Oh ja. Ausschließlich. Deswegen übrigens auch nachher für die Soße der Gin. Ja, das ist der Wildgeschmack. Und der zweite Grund des Aufschneidens ist, dass er... Wenn er zu ist, biegt er sich. Ja. Und wenn er hier so ein bisschen offen ist, dann geht die Hitze eben auch nach innen. Und deswegen auch nur 20 Minuten. Das ist ja eigentlich unheimlich schnell. Das ist wenig. Ich bin immer etwas hemmungslos. Das ist ein bisschen zu viel, aber... Na gut. Mit den Wacholderbeeren. Ob Sie so lieb sind und... Oh, so ein bisschen... Ehemaliger Hammerwerfer. Er möchte das sein. Das kann er. Das ist egal. Das kann er. Ein bisschen Salz dazu. Und wenn Sie so nett sind... Das geht aber verdammt schwer, ne? Ja. Pfeffer. Pfeffer, ja. Der Hausherr spielt sich ja als Herrenmensch auf, ne? Nein, 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 nein. Okay. Jetzt muss er einmal arbeiten, schon meckert er. So, das tue ich jetzt da in diese Ritze und drücke das wieder etwas zu. So. Da ist jetzt Salz, Pfeffer drin. Ich habe aber noch ein bisschen Pfeffer zusätzlich gegeben. Das kann nie schaden. So. Und jetzt brate ich die ein bisschen an. So, und hier geht auch die Post ab. Sehr gut. Noch genug Champagner drin. Ja, noch. So. Bisschen, immer ein bisschen Öl bei Butter, damit sie nicht so braun wird. Ja. Jetzt wird das kurz angebraten. Dann kommt der Speck drauf und dann kommt es ins Rohr. Das ist eigentlich... Mal gucken. Die Uhr geht gar nicht. Ich habe das Gefühl, der könnte sogar schon sein. Technical Delay. Irgendwie Technical Delay. Ich habe wahrscheinlich nicht genug aufgedreht. Das kann sein. Ich möchte mal eine Gabel testen. Vorsicht, Vorsicht. Können wir mal gucken. Ich gucke mal. Na, der darf noch. Ein bisschen, ein bisschen kann er noch. Also ich glaube noch. Ich glaube noch. Ich war mal und glaube noch das. Ich glaube noch. Vielen Dank.